Hallo und herzlich Willkommen zu LMW hier auf Totally Nuts. Ich bin wie immer der Martin und ihr seid wieder mit dabei, wenn ich die Finsternis hier bekämpfe. Wir sind hier in der Mine bzw. in dem Bauwerk, Abbauwerk, irgendwas Ding ins Kirchen und kämpfen gerade offensichtlich gegen die Finsternis. Und Gegenstände, die hier wild durch die Gegend wabern. Wir können natürlich auch den Boden zu unserem Vorteil einsetzen. Wir haben noch kaum Batterien und kaum irgendwie Schuss. Wir haben eine Leuchtpistole auf jeden Fall, was super gut ist. Die können wir jetzt auch gleich einsetzen. Kommen die wieder von der Seite her? Bleib nach, bleib nach. Wow, weicht doch aus. Okay. Oh, das ist wieder einer von diesen großen. Dann schauen wir erstmal auf jeden Fall, dass wir die kleinen erledigen. So, was nun? Haben die weichen hier gekonnt aus? So, und jetzt ist dieser glorreiche Moment gekommen, wo wir keine Munition mehr haben, aber ich hoffe mal hier hinten war noch irgendwo was. Wir haben nämlich gar nichts mehr. Okay, okay. Offensichtlich müssen wir uns noch besser ausrüsten. Ein bisschen suchen hier, vielleicht ist hier noch irgendwas, weil ich hab wirklich fast überhaupt nichts mehr. Hier hinten vielleicht noch irgendwas? Nein. Also wir haben noch zwölf Schuss hier in unserem Revolver. Der ist aber halt auch relativ fix verbraucht. Und wir haben auch noch drei Batterien für unsere Taschenlampe. auch nicht mehr allzu viel. Und da kommt schon wieder die Armada angelaufen. Jo, okay. So, den Gegenstand haben wir. Boah, da kommen echt viele Gegner. So, wir können die uns immer so ein bisschen vom Leib halten, aber tatsächlich nicht allzu lange. Das ist glaube ich echt immer ganz gut, erstmal die kleinen hier wirklich zu erledigen, wie ich schon gesagt habe, und dann auf die großen zu gehen. So, wir haben sogar irgendwas freigeschalten. So, wir haben noch eine Leuchtpistole, die ich gerne einsetzen würde. Leuchtpistole? Leuchtpistole? Oh, ich habe die falsche Waffe ausgewählt. Das war natürlich sehr intelligent. Okay. Die Stellen, glaube ich, wären sich gar nicht so schwer. Nur, ich habe halt wirklich nicht mehr viel Equip. Aber ich sehe leider auf Anhieb auch nichts, wo irgendwo noch was wäre. Halleluja. Ich brauche diese Gegenstände, die rumfliegen. Also, wenn ihr auf meine Hälfte schaut, das zieht mir echt mal gut die Hälfte ab. So, sind die Gegner schon da. Ich warte mal kurz. Das lädt leider auch sehr langsam auf, aber ich brauche jedes kleine Fitzelchen, wenn es gegen die Gegner geht. Wenn ihr nur irgendwo ein bisschen Muni oder sowas für die Schrotflinte wäre, das würde mir sehr, sehr, sehr helfen. So. Es war ganz gut, erstmal die Gegenstände hier zu erledigen und dann die Andrew jetzt auf die Gegner zu gehen. Ja. Und da sind immer so ein paar, die echt schnell sind. Boah, cool. Da muss ich gar nicht fokussieren. Das ist nice. Sind schnell, aber nicht stark auf jeden Fall. einfach mal hinter mir wieder einer. Nein. Reicht doch aus. So. Lad nach. Yes. Nice. Richtig cool. Okay, okay, aber da ist noch einer. Wir haben nicht mehr viel helfen. Ja, 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 ja. Nicht zu früh, Freund. Können wir ihn anfokussieren? Das war ganz cool. Da kam diese tolle Slowmo schon, bevor ich überhaupt alle Gegner erledigt habe. Auf jeden Fall, die Leuchtpistole war super. Ich habe leider keine mehr. Ich habe noch einen Schuss in meiner Schotty. Das können wir uns auf jeden Fall merken. Aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal alle erledigt, auch wenn immer noch die Creepy-Mucke läuft. Was leuchtet hier so eigentlich da vorne? Tja, trappte mich einfach mal. Okay, da können wir jetzt die Batterie einsetzen. Und wenn es am stärksten wackelt, das haben wir jetzt auch herausgefunden, dann wird der Gegenstand auf uns geschleudert. So, fürs Erste passt es auf jeden Fall. Junge, auf Gegenstände nach uns zu schmeißen. So, haben wir ja alles, ja. So, die Finsternis ist uns auf jeden Fall immer noch auf den Fersen, aber hier oben dürften wir jetzt doch endlich mal irgendwas finden. Kontrollpunkt auf jeden Fall. Das ist super. Und jetzt müssen wir noch irgendwie Munition und so finden, weil sonst sind wir ziemlich aufgeschmissen, wenn es in den nächsten Kampf geht. Okay, das Ausweichen funktioniert ja mal wieder super. Hehehe, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich. Hm, es funktioniert sogar ganz gut, sich hier zu verstecken. So, ein Schottischuss noch für ihn, passt. So, und keine Munition mehr. Also jetzt haben wir definitiv ein Problem, weil wir haben weder Batterien noch sonst irgendwas. Da finden wir ja drinnen ja was. Ah, wunderbar. Das Spiel enttäuscht mich nicht. Und eine Leuchtwacke. Leider immer noch nicht viel. Schauen wir mal in die Tür. Boah, das sind voll viele von den schnellen Typen. Und die sind wirklich schnell, wie man sieht. Aber wir sind schneller mit unserer Waffe. Der gute alte Revolverheld, aka Alan. Hier ist nichts. Was steht hier? Trust no one in the dark. Äh, ja. Hatte ich eh nicht vor, irgendjemandem zu vertrauen im Dunkeln. Oh, keine Munition für den armen Martin. Oder für den armen Alan, besser gesagt. Die Frage ist zudem, wo muss ich denn überhaupt hin? Nach oben offensichtlich. Wie kann man hier hochklettern? Ah, ah, okay. Leiter. Soviel zum Klettern. Klettern ja, aber mit einer Leiter. Also die Thermosflasche ist hier auch gar nicht auf dem Präsentierteller. Nein, nein. Viel lieber wäre es mir. Follow? Okay. Hallo. Manuskriptseite. Danke. Und wo wir schon die Manuskriptseite gefunden haben. Wir haben hier. Wow. Halleluja. Junge, haben wir hier viele Manuskriptseiten. Würde vielleicht ein bisschen lange dauern, die alle zu lesen. Vielleicht machen wir mal eine große Lesesession oder irgendwas. Aber jetzt schauen wir erst mal weiter. Ich will euch die natürlich auch nicht vorenthalten, aber es würde jetzt ewig dauern, hier zu lesen. Und wenn man nur drei liest, wäre es auch ein bisschen fad, weil man will ja wissen, was passiert. Und da kommen Gegner und ich bin nicht ausgerüstet. Aber ich kann mich ausrüsten. Okay, ein bisschen was haben wir zumindest. Dann können wir hier das Tor öffnen und dann kommen wir zu einer Pro wieder ein paar Gegner. Oh. Lenkgranaten. Die Pfützen hier, die machen wir gleich mal fertig. Finsternis Pfützen. Nicht, dass da Gegner rauskommen. Da müssen wir sogar gar nicht fokussieren. Das geht eigentlich auch relativ fix so. Einfach draufhalten. War wieder irgendwie so. Aber was auf dem Baum? Nee. Hat nur getäuscht. So. Und da sind Gegner. So. Snipern wir mal mit dem Revolver. So. Snipern wir mal mit dem Revolver. Das bringt auf jeden Fall was auf den Kopf zu ziehen. Also das ist mir wirklich schon aufgefallen. So Headshots wie es in klassischen Shootern auch ist, gibt es auch hier. So. So. Komm. Hör auf hier Gegenstände nach mir zu werfen. So. Wir regeln das anders. Oh. Aber den hat es gar nicht erledigt. Wir haben keine Munition mehr. Okay. Wir müssen uns anscheinend mit einer Blendgranate regeln. Höолi moly! Oh hoho... Jauhohohoho. Holy Sh** war das knapp. Muhyjah. Oh 230. Oh 220. Liebe Leute. Und da ist noch einer. Den hab ich gesehen. Okay. Wir haben nichts mehr Wir haben nicht mal noch Munition hierfür So, wie erledige ich Gegner Ohne irgendwie eine Waffe zu haben Ich hab's mir eine Idee Und einfach zu laufen Aber der ist 100% schneller als ich Okay, man hört ihn nur laufen, das ist auch interessant Und er verfolgt mich, okay Okay, 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 okay Oh shit, ich weiß nicht was ich machen soll, ich hab nichts mehr Ich hab nur eine Taschenlampe Um mich auf Zack zu halten Aber es macht leider nichts Ja, konnte ich nichts machen Ohne Waffe ist man leider aufgeschmissen Tatsächlich Was ich ein bisschen schade finde Dass es hier so keine Nahkampfattacken Oder irgendwie so eine Methode gibt, um die Gegnerschaft zu halten Weil ich mein, so wie ich jetzt in der Situation Ohne irgendwas Du hast letztendlich keine Chance, irgendwie die Gegner zu machen Nicht so, hier hast du ein Hilfsmagazin Um irgendwie Ach, Gegner zu erledigen So, machen wir's auf die schnelle Methode Ich wollt grad sagen Sag bloß, das war jetzt die Methode Ach shit, der wär nix So Ja, okay Ja, okay, also wenn's das jetzt war Okay Dann war Der ganze Shit vor Wirklich umsonst Okay Manuskriptseite Captain Obvious hier Wie sie rumliegt Jetzt machen wir's mal ein bisschen um Vielleicht gibt's ja irgendwo was Meines Da oben ist eine Thermosflasche Ja, hier können wir hochgehen So ein Kending Was es auch immer hier gibt Weil hier müssen wir ja eigentlich gar nicht lang Wir müssen hier rüber Aber nehmen wir diese Thermosflasche mit Nein Sehr gut, okay Ich wollte eigentlich nur die Thermosflasche mitnehmen Aber wir haben gefailt beim Jump So, zumindest sind wir mal wieder ein bisschen ausgerüstet Und da ist ein Schuttfliemte So, und jetzt haben wir eine Pumpgun Mal schauen, was der Unterschied ist zu der anderen Waffe, die wir davor hatten Vielleicht Kann's ja auch sein, dass man hier zwei Wege laufen kann Also, dass sich hier splittet Ich hoffe mal, ich hab den Klüger im Weg genommen Nämlich den Den Reifstand Eigentlich können wir das ja auch mit dem Revolver machen So schwer kann es auch immer noch sein Auf jeden Fall hier hat's das Licht mal gebracht Ich glaub, das war echt so der erste Moment, wo wir dieses Licht gebrauchen konnten Und da hinten leuchtet's Okay Wir sprinten jetzt zu dem Licht hier Und hoffen schneller als die Gegner zu sein Ein Schaltzeit ein Okay, okay, er hat's eingeschaltet Yes Das hat's gebracht Nur sehen wir auch selber nichts mehr Aber wenn wir einfach im Lichtkriegel stehen Kann uns ja im Prinzip nichts passieren So ist es Es blendet zwar ganz schön, aber Uns passiert nichts Merken wir uns auf jeden Fall Immer die Lichter anschalten Und dann im Lichtkriegel stehen bleiben Schauen, ob's hier wieder was bringt Ja Ja, ja, da kommen Gegner Seh ich schon Sofort B drücken, um einzuschalten Hallo, machst du mal bitte Danke Dann einfach hier stehen bleiben Hallo Junge, du stehst mitten im Licht Finde ich ehrlich gesagt nicht so cool Okay, was geht hier grad für eine coole Slow-Mo ab? So Nachladen Oh oh Und das Licht ist ausgegangen Und jetzt sind die Gegner auch nochmal hartnäckig So Und nur noch der eine Yes Und erledigt So läuft das bei uns So läuft das So läuft das Na ja Das dachte ich mir schon Das ist toll an dem Licht ist Das macht die Gegner auch noch so richtig schnell Hallo, wenn du in dem scheiß Licht schießt Dann Okay Also Bei manchen scheint das Licht echt irgendwie gar nichts auszumachen Und bei manchen Die sind dann instant down Also Ich sag mal so In Anführungsstrichen Das hab ich ja vorher gar nicht gesehen Die Kollisionsabfrage In Anführungsstrichen Ist irgendwie Schon ein bisschen random Aber okay Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben Die ich für Alice hatte Wenn das nicht genügte Würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen Wir gehen jetzt mal den anderen Weg So sieht's aus Ist wahrscheinlich genau dasselbe Aber hier ist noch ein Haus Das braucht manchmal echt lange Dass die das registrieren Mit dem Licht So nachladen Und rüber zu dem Haus Ich glaub echt Dass das der beste der Weg ist hier Weil hier gibt's sicherlich ein bisschen Munition Und auch Äh Equip Wow Okay Da hatten wir jetzt keine Munition mehr Deswegen mussten wir jetzt Diese Luftfackel hernehmen Dass die Gegner Kurzzeitig eben geblendet sind So Nachladen dann rüber Und dann Gegner erledigen Reuchtpistole Munition Richtig gut Viel besserer Weg hier Schrotflinten Blendgranaten Halleluja Was wir hier alles finden Das reicht ja Für 100 Gegner Wollte ich schon sagen So läuft das So Nachladen Wir aktivieren auf jeden Fall Das Licht Hier werden ja 100 pro gleich wieder Gegner kommen Oder das war die Gegnerwelle Sogar schon von hier Okay Sparen wir uns das eine Licht Aber das hier wird auf jeden Fall Von hinten sein So ist das Das sind sogar richtig viele So läuft das mit der Leuchtpistole Boah da haben wir echt Irgendwie 5 Gegner Auf einen Steich erledigt Müssen wir denn überhaupt hin Ich glaube hier hoch Ja Wollte ich schon weiterlaufen Aber da müssen wir gar nicht hin Sondern hier hin So das war auch gleich ein Kontrollpunkt Oh Das Dunkel bewegte sich dort vorn In dieselbe Richtung Die ich gewählt habe Ein kaltes Gefühl Machte sich in meinem Bauch War es hinter Alice Hale Ich würde auch ein kaltes Gefühl bekommen Wenn ich irgendwo auf dem Friedhof bin Und mich irgendwie so finstern Wie ich hier angreife Oh nein Nicht die schon wieder Hi Du bist ein bisschen schnell unterwegs Müssen wir hier rüber? Definitiv nicht Das ist nur ein Abgrund Okay aber es kann uns egal sein Solange er uns nicht angreift Solange er uns nicht angreift Selbstverständlich Aber er wird uns ja zum Glück Immer mal wieder angezeigt Deswegen laufen wir einfach weiter Der wird uns dann schon angreifen Wenn es ist Solange er nicht mit 10 anderen Gegnern Uns angreift Das ist alles super Der Ort war ausgestorben Eine Geisterstadt Vielleicht seit Jahrzehnten Oder einem Jahrhundert Oh das hat mir auch richtig Glück Oh das arme Auto Das hat mal ewig viel Geld gekostet Und jetzt müssen wir es einfach zerstören Ja gar nicht Also diese Manuskriptseiten Die liegen ja echt immer sehr offensichtlich da War hier irgendwas? Nein So liebe Brücke Nicht einstürzen Oh oh Okay Liebe Leute Ich glaube das war nicht zu intelligent Was ich da gemacht habe Also wir sind auf jeden Fall Vorher hier hochgegangen Okay wir müssen einen kleinen Umweg nehmen Der soll ich nicht kommen sehen Dass man hier auch runterfallen kann Der eine Typ scheint irgendwie Gerade so ein bisschen verschwunden zu sein Der uns hier massakrieren wollte Licht Können wir uns hier heilen Ja Okay weiter geht es Hier hoch einmal Dann hoffen wir Dass wir gleich nicht runterfallen Wir haben es zum Glück überlebt Das ist das Positive an der Sache Jetzt passen wir auch ein bisschen mehr auf Dass wir hier nicht in den Abgrund fallen So Grey Peak Gorge So Ihr könnt das Video anhalten Und das soll ich hier durchlesen Das ist ein bisschen langer Text Deswegen lese ich es nicht vor Die Geisterstadt durchqueren Ist auf jeden Fall das süchtige Spiel dafür Um sowas zu tun Würde ich sagen Ah hier geht es ein Und da ist eine Thermosflasche Ich finde immer toll wie die einfach so prädestiniert irgendwo in der Prärie stehen So Hey Ich nehme mich mit Schau mich auf jeden Fall auch ein bisschen rum Vielleicht Ist irgendwas was ich mitnehmen kann Weil mein Revolver Ihr seht Ist leider nicht mehr so viel Munition drin Und ich hätte gerne ein bisschen Munition für meinen Revolver Okay Und die Finsternis Kreilt sich hier wieder Gegenstände Es wäre echt sehr sehr gut sich vor die Pfosten zu stellen Weil man Ja wie gesagt Man kann an die Gegenstände nicht treffen Oh je Traktoren Anhänger Irgendwas hat uns gerade doch getroffen Einer von den Gegenständen ist da durchgekommen Uh Okay Was ist von denen noch aktiv Da hinten ist noch was Wow Oh Und noch was Und der da babbert auch noch hin und her Okay Der tut uns hier hinten nichts Super geil Dass man sich hier verstecken kann Okay Da haben wir erstmal alle Das war knapp Die richten echt ganz schön Schaden an Das knarzt Okay So hier kommen wir erstmal gut weiter Aber schon wieder Immer mehr von diesen Gegenständen Wir müssen die Taschenlampe echt hier gut einsetzen Weil so ewig viel haben wir auch nicht mehr Von unseren Batterien Ah hier hinten ist der Gegenstand Ich dachte mir schon Irgendwo hat man halt die Finsternis wieder Wabe ansehen Ja der braucht auf jeden Fall relativ lang Ich glaube so ein Waggon ist das Man sieht es auch gar nicht richtig Dampffrost Ja genau Ah und da ist ein Schlüssel Okay Der wird auf jeden Fall noch von Bedeutung sein Der Schlüssel Und gehen wir mal an diese Türe Die Türe können wir mit dem Schlüssel öffnen So rum Leuchtpistolen Munition Sehr gut Alles außer Schreiben ist ein Kampf Ich fühle mich krank Ich habe es geschafft nach unten zu gehen Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Sey Okay Dem Fernseher müssen wir nicht zuhören Wie gesagt dauert auch alles immer ein bisschen lang hier Okay die Finsternis ist uns auf jeden Fall noch auf den Fersen Also wie ihr merkt es ist Wir werden immer verfolgt Und sind nie wirklich auf der Hut Wir müssen zum Mirror Peak Aussichtspunkt gelangen Und da sausen wir jetzt so schnell wie möglich hin Ah hier sind wieder diese Spritzer Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen Er befahl mir ich solle mich gefälligst beeilen Und hier haben wir wieder so einen Special Punkt gefunden Wo wieder so ein Fackelpunkt ist Und hier finden wir super viel von dieser Spezial Munition Wir bleiben aber trotzdem erstmal bei unserem Shotgun Ich finde es immer ganz cool auch Dass es so wie gesagt diese Heidspots gibt Wo man immer Special Sachen finden kann Und so die auch immer schön markiert sind Hier immer wird so quasi angeteast mit diesen paar Leuchtspritzern Und dann ah da ist ein Pfeil Und dann findet man dann irgendwann dahin Ja Vögel sind natürlich nicht geil Ich hoffe mal dass sie uns nicht zu schnell angreifen Und wow Obacht nicht dass wir Schaden nehmen So da haben wir einen Schwarm erledigt Das funktioniert ganz gut hier mit der Waffe Also wenn uns das nächste Mal so ein Schwarm wieder angreift Dann werden wir die Wow okay Holla die Waldschwebe Wo geht's denn hier lang Dann werden wir die auch ordentlich vernichten Okay Wir wechseln erstmal wieder zur Shotgun Weil hier sind wir sicher vor den Vögeln Die Richtung Okay Wie ein kleines Labyrinth hier Tunnels Was steht hier? Tunnels Go to Cauldron Lake Okay Okay Irgendwas flüstert unsere Stimme Oh eine Manuskriptseite Also wir haben ordentlich im Petter auf jeden Fall Und da hinten ist ein Licht Aber leider verschüttet Ah okay okay Und jetzt müssen wir hier rüber Und einmal gegen Wieder so einen Großen Typen kämpfen Und das sind ein bisschen viel Gegner Deswegen würde ich gerne eine Rack-Pistole einsetzen So und die Gegner haben wir auf jeden Fall schön auseinander genommen Also die Leuchtpistole hat hier echt guten Zweck erfüllt Was ich cool finde an dieser Shotgun Dass die so richtig viel Munition auf jeden Fall drin hat Kann man öfter mal hintereinander schießen Das ist beim Jagdgewehr nicht so Da haben wir nur zwei Schüsse Im Magazin Und das ist dann natürlich ein bisschen wenig Für die ganzen Gegner Aber es geht hier ja ganz gut voran momentan Aber wir müssen hier echt mal durchs Labyrinth Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht Um weiter zu kommen Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen Die Maschine nutzen wir auch auf jeden Fall Und jetzt müssen wir sie wahrscheinlich wieder nach oben beordern Und dann können wir Weiter Genau Aber das ist wahrscheinlich zu weit oben Genau wir müssen hier erstmal So So könnte es hinhauen So drauf springen Nicht zu weit Und dann einmal hier drüber springen Genau wunderbar Funktioniert Und dann Geht es zum nächsten Step Nämlich hier ganz oben Jetzt muss ich schauen Wie ich hier hinkomme Ah mit der Leiter Okay wunderbar Gut zu wissen So Einmal hier rüber Einmal hier Nicht zu weit springen Weil sonst müssen wir alles von vorne machen Das ist natürlich nicht in In unserem Sinne Und dann können wir hier einmal gegendrehen Und einmal hier runterklettern Ich hoffe das ist erforderlich Dass wir runterklettern Genau um das zu aktivieren Setzen wir es mal so auf die Höhe Das müsste auf jeden Fall hinhauen Und dann müssten wir wieder hochklettern Sogar ziemlich rätsellastig hier der Anteil Ja ja Genau einmal hier drauf Einmal rüber Und dann sind wir hier endlich Durch Durch diesen Part Also ihr merkt schon immer auch mal ein paar kleine Rätsel drin Immer mal Kleinigkeiten die man erledigen muss Aber nichts allzu anspruchsvolles So Was versteckt sich denn hier dahinter So ich sehe die Episode geht auch schon wieder relativ lang Aber ich kann hier auf jeden Fall nochmal Kleinen Moment spielen So und diese verdammten Vögel greifen uns immer mal wieder an Aber hier scheinen wir sicher zu sein So nehmen wir alles mit was wir haben Läuftpistolen Etc Aber mit Läuftpistolen können wir hier auf jeden Fall auch die Ganz gut erledigen Und dann schalten wir das Ding ein Und fahren nach oben Und ich gehe mal davon aus Dass uns die Vögel jetzt wieder angreifen werden Zumindest wäre das meine erste Vermutung Mhm Richtig vermutet Wow Das ist ja nur wenn man nicht von wo sie angreifen tatsächlich Okay Mal schauen wann sie wieder kommen Hier sind sie auf jeden Fall Ich glaube jetzt nähern sie sich wieder an Ne sie fliegen sogar weg Wow Und vor uns stürzen Bäume ein Halleluja Jetzt werden wir echt fast gestorben Und da kommt Instant Gegner Das war richtig knapp Und Bäume stürzen ein Und Ein Waggon Rauscht herunter Junge Da muss man ja richtig aufpassen Okay alles mit dem was wir hier haben Hier wären wir angekommen Hier können wir uns kurz heilen Super Kontrollpunkt Also ich würde Ich weiß die Episode dauert schon relativ lang Aber ich würde echt gerne noch hier bis zum nächsten großen Punkt weiterspielen Hier ist ein Jagdgewehr Das wollen wir nicht Aber wir wollen die Ja Munition dafür Ne wir bleiben bei der Shotgun Die ist definitiv besser So Nimm das Auf einmal Shotgun Und Noch einen Schuss Und der ist auch weg Wie gesagt Also solange keine von diesen Big Boss dabei sind Haben wir immer relativ gute Karten Und Hier Cauldron Lake Könnt ihr wieder anhalten Und dann könnt ihr lesen was hier drauf steht Wir machen auf jeden Fall weiter Und da ist eine Hängebrücke Ich hoffe hier passiert nichts Schirmes Sie wackelt Und ich kann auch nicht mehr sprinten Oh bitte 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 Oh Katze ihn Okay Okay Okay, wir haben definitiv Probleme. Und das hat uns gerade richtig den Hintern gerettet. Okay, das war auf jeden Fall nicht leid. Die Brücke ist nicht eingestürzt, aber wir kriegen die Gegner weg, passt. Oh, und hier ist wieder so ein kleiner Farbspritzer. Hier ist so ein Rest von einem Pfeil zu sehen. Ah, hier deutet er hin. Und da ist einiges an Munition. Wunderbar, haben wir. Haben wir, haben wir. Also unser Shotgun ist verbraucht, aber wir haben ein bisschen was in unserem Revolver und ein bisschen Leuchtpistolen-Munition. Wieder eine Manuskriptseite. Und jetzt müssen wir durch die Bergrüne. Ah, hier oben geht's lang. Müssen wir uns hier den Weg durch die Ruine quasi schnetzeln. Hier geht's leider nicht rein. Aber hier geht's unter. You talk to me on TV. Tom, Tom, C, W, glaube ich. C, W und T, Z. Okay. I miss you, Tom. Tom. Okay. I curse you, Thomas Zane. Tom, Tom, Tom. I miss you. Oh, okay. Sind interessante Leuchtmalereien, die da auf der Wand sind. Geht offensichtlich um den Thomas. Wie unschwer zu erkennen war. Wow. Okay, und wir brechen ein. Ich dachte es mir schon, weil irgendwie, es hat sich angedeutet, dass da irgendwie was passiert. Okay, dann haben wir richtig viel Gegner erledigt. Also diese Leuchtpistole bringt's halt wirklich. Aber es sind noch Gegner da. Okay, ausweichern hat nicht funktioniert. So, einer ist noch da. So. Und den haben wir auch erledigt. Ne, da sollte man eigentlich drüberspringen, glaube ich. Versuchen wir es einfach nochmal. So, schauen wir mal, dass wir wieder ein bisschen Sprint haben. So, ruhig aus, Ellen. Okay, und jetzt geht und springen. Jawohl. So, Leute. Und hier ist ein Speicherpunkt. Die Episode geht super lang, ich weiß. Aber hier werden wir jetzt mal speichern. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Zu Ellen Wake. Bis dahin, Leute. Und ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020